Morgen Heinz, nun ist die Nacht vorbei und hier bin ich wieder. Ja, 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 aber eine Nummer größer. Naja, noch größer muss ja eigentlich nicht sein. Ich will ja nicht immer runder werden. Ja, wenn dir das nichts ausmacht. Wo ist eigentlich das Auto? Hat der Tendu schon abgeholt? Oder steht das da noch rum? Christiane, vergisst du alles. Ich hab dir alles mehrfach erklärt. Ich hab dir alles erklärt. Ich hab dir gesagt, wenn die Lichtmochir da ist, fahr ich da hin. Ich hab dir alles erklärt.